Wenn du einen sehr starken Heiler treffst, dann ist es genau diese Sache. Der Heiler sieht dich als dieses multidimensionale Wesen, der Teil von der Schöpfung ist. Und das ist die stärkste Methode der Heilung. Und dadurch, dass er dich als solcher sieht, eröffnet sich ein neues Energiefeld, wo du dich selbst auch als solcher sehen kannst. Und das ist dann die Heilung. Das ist die Heilung auf der höchsten Ebene, wo wir dann auch sehr schnell in die Multidimensionalität hineintreten können, wenn wir es erlauben. Ja, das ist wirklich sehr wichtig. Wir haben freien Willen. Wir können auch sagen, okay, ich glaube nicht an diese Sachen. Aber das ist Realität. Was macht uns unglücklich hier auf der Erde? Das Gewissen oder sagen wir mal jetzt, das Nichtbewusstsein, dass wir multidimensional sind. Wir wissen es tief in unserer Seele. Wir sind definitiv Teil von etwas Größerem. Deswegen ist diese Belonging, also diese Zugehörigkeit ist so wichtig für uns alle. Weil wir wissen tief in uns, wir gehören zu etwas sehr Wichtigem dazu. Und wenn wir wieder mal dieses Gefühl in sich integrieren können, dann werden wir definitiv sehr schnell zu der Multidimensionalität finden. Aber der erste Schritt ist immer in uns. Ich muss mich erst mal entscheiden. Ich habe den freien Willen. Ich kann durch den freien Willen die komplette Abschiedenheit erfahren oder die Separation. Oder ich kann in den Weg gehen, wo ich wieder mal diese Zugehörigkeit zu dem Göttlichen, zu der Divine finden kann. Ehrlicherweise bin ich jeden Tag im Heilungsprozess. Es geht immer darum, dass wir noch einen kleinen Teil heilen können. Aber wenn ich jetzt in die größten Momente hineinschaue, war der erste definitiv, da war eine Frage. Oder sagen wir mal jetzt einen Satz, der jemand zu mir gesagt hat. Und der hat gesagt, du bist nicht deine Gedanken. Dann habe ich gesagt, okay, wer bin ich denn, wenn ich nicht meine Gedanken bin? Also es ging mehr darum, du bist nicht dein Ego. Da gibt es noch sehr viel mehr unter dem Ego. Das war die erste Frage, die ich mir sehr tief gestellt habe. Und da habe ich nachgeforscht. Da habe ich sehr, sehr tief in mir nachgesehen und habe da gesehen, okay, da gibt es sehr viel mehr. Das war die erste Frage, die ich mir sehr, sehr tief in mir. Das war die erste Frage, die ich mir sehr, sehr tief in mir. Vielen Dank.